1,6 Millionen neue Arbeitsplätze in vier Jahren. Deutschland geht es gut. Ich möchte, dass es auch Ihnen gut geht. Ein Handwerker, ein Facharbeiter, eine Designerin, also die Miete in Deutschland, ist in Augen von Rot-Grün reich. Das ist Unsinn. Menschen, die hart arbeiten, denen darf man nicht die Butter vom Brot nehmen. Und jetzt kommt eine gepfefferte Ansage. Steuererhöhungen sind Käse. Das Glas in Deutschland ist halb voll, nicht halb leer. Und die Vermögenssteuer ist kalter Kaffee. Wir denken an die Menschen, die morgens aufstehen und ihre Brötchen selbst verdienen. Rot-Rot-Grün ist nicht das Gelbe von...